Diese hoffnung machenden Indizien, sage ich jetzt mal, dass es tatsächlich eine richtig belastbare Immunantwort des Körpers gibt. Hat das auch Auswirkungen auf die Hoffnung auf einen Impfstoff? Auch wenn Sie sagen, gegenwärtig Science Fiction, aber in ein, zwei Jahren wird es ja vielleicht konkreter. Also es ist bei der Impfimmunität immer nicht unbedingt das Gleiche wie bei der natürlichen Infektionsimmunität. Das muss man sich erst mal klar machen. Also es ist natürlich extrem wichtig für jede Art von Impfstoffentwicklung zu wissen, wie die natürliche Immunität eigentlich funktioniert. Und es ist dann aber eine Entscheidung zu treffen, ob man darauf zuhalten will, diese natürliche Immunität zu imitieren, also einen Impfstoff zu machen, der möglichst genauso sein soll wie die natürliche Infektion. Oder ob man sagt, das ist vielleicht ein bisschen schwer zu erreichen aus bestimmten Gründen, über die wir gleich auch noch mal sprechen können. Und man möchte lieber eine andere Immunität hervorrufen. Das sind beides berechtigte Überlegungen. Und jetzt ist es bei dieser Erkrankung so, um mal am konkreten Beispiel zu sprechen. Wir haben an den Münchner Patienten Messungen durchgeführt von Immunität. Und es gibt auch eine neue Arbeit zur Immunität bei einem einzelnen Patienten. Und der Gesamteindruck dieser Arbeiten, die sind also beide noch nicht, das eine ist zwar formal publiziert, das andere ist vorläufig publiziert, ist, dass die Patienten Antikörper bekommen und zwar recht früh in der Infektion. Also wir können sagen, bei SARS damals, da war das so, dass Patienten am Ende der zweiten Woche und dann über die dritte Woche Antikörper entwickeln. Also die ersten Patienten in der Kohorte kriegen ihre Antikörper am Ende der zweiten Woche. Und bis zum Ende der dritten Woche haben sie dann alle Antikörper. Das ist ja, man beobachtet ja immer eine ganze Gruppe von Patienten und fragt sich, wann haben alle dann Antikörper? Wir sprechen da übrigens von Serokonversion, das ist so ein Fachbegriff, der sagt einfach die Entwicklung von Antikörpern. Und jetzt ist es bei diesem Virus so, die Serokonversion, die passiert hier schon am Ende der ersten Woche bei diesen Patienten. Und zwar mit hoher Zuverlässigkeit. Das ist etwas, worüber ich mich sowohl gewundert als auch gefreut habe. Denn das spricht dafür, dass die Immunität sich hier sehr schnell einstellt bei dieser Infektion. Und da kann man natürlich viel drüber spekulieren, warum das so ist und warum das so anders als bei SARS ist. Und da gibt es zwei Hinweise. Der eine ist theoretisch und ganz leicht zu verstehen. Also wenn wir ein Virus haben, das im Rachen schon repliziert, wie wir ja wissen, bevor es in die Lunge geht, dann muss man eigentlich die ganze Zeit, in der das Virus schon im Rachen vorrepliziert, mitrechnen für die Immunisierung. Das heißt, da geht, wir sagen, der Antigenstimulus, also der Reiz durch die Anwesenheit eines Virus auf das Immunsystem schon los. Und vielleicht ist es so, dass viele Patienten eben in dem Moment, wo das Virus dann in die Lunge runterwandert, am Ende der ersten Woche, gleichzeitig schon so weit sind, dass sie eigentlich eine Immunreaktion machen. Weil es vorher diesen Vorlauf gab im Hals. Und das ist eine gute Situation. Vielleicht schützt das vor der Infektion der Lunge. Und das ist gleichzeitig auch, noch mal um die Ecke denken, eine sehr interessante Hypothese. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht Erklärung, sondern ich sage eine Hypothese, eine Idee, die erklären könnte, warum einige Patienten, obwohl sie sehr jung sind, trotzdem einen schnellen, schweren Verlauf kriegen. Denn es ist ja denkbar, dass jemand sich nicht im Hals erst mal infiziert, sondern gleich eine hohe Dosis Virus aus der Luft einatmet in die Lunge. Und dass die Infektion gleich in der Lunge losgeht. Dann ist es mehr so wie damals bei dem schweren SARS-Virus, bei dem ursprünglichen SARS-Virus. Das heißt, der Körper hat kaum eine Chance, sozusagen vorbereitend, das Immunsystem schon zu aktivieren. Dann findet dieser Vorlauf nicht statt. Also das ist eine Hypothese. Das ist keine Erklärung, kein Befund, sondern das ist eine wissenschaftliche Idee, eine Frage, die wir jetzt beantworten können. Wo wir also jetzt sagen können, wenn das so ist, was müssen wir uns dann genau angucken bei bestimmten Patienten? Was müssen wir dann fragen? Also es geht mit so einfachen Dingen los, wie dass man fragt, Sie hatten einen solchen schnellen, schweren Verlauf. Können Sie sich noch erinnern, fing das eigentlich bei Ihnen mit Halsschmerzen an? Und dann kann man aber weitergehen. Man weiß von solchen Patienten, sehr häufig hat man da eine initiale Probe aus dem Hals, eine Laborprobe. Da kann man gucken, wie viel Virus ist denn in dieser Probe drin gewesen? Und war das vielleicht weniger als in anderen Patienten? Und so weiter. Ich gebe das jetzt nur als Beispiele für, wie man so eine Hypothese dann in der Forschung auch am Patienten verfolgt. So, also wir kommen ein bisschen vom Thema ab vielleicht. Zurück zum Thema Antikörper. Genau, zurück zum Thema Immunbildung. Also die Antikörper, die wir da sehen, die kommen früh. Wir sagen, die Serokonversion ist früh. Und dann haben wir noch etwas anderes, nämlich die Bildung von Antikörpern selbst ist nur ein Hinweis auf Immunität. Es gibt da noch eine Spezial-Unter-Einheit von Antikörpern, das sind die neutralisierenden Antikörpern. Das ist also ein funktioneller Antikörper. Im Prinzip ist das auch nur ein Antikörper. Aber wenn wir die Antikörper im Labor testen, dann sehen wir, dass das Virus davon abgehalten wird, in Zellen einzudringen im Labortest. Und das ist ein Antikörper, der nicht nur nachweisbar ist im Labor, sondern der auch eine Funktion hat im Labor. Nämlich das Virus zu neutralisieren. Und diese neutralisierenden Antikörper, die sind eine der wichtigsten Effektorfunktionen des Immunsystems. Also das ist das, was eigentlich ein Antikörper ausrichtet. Also ein Antikörper wird ja nicht gebildet, damit der Labortest positiv wird, sondern der wird gebildet, damit das Virus gestoppt wird. Und dieses Stoppen des Virus, das können wir im Labor in einem Spezialtest nachweisen. Und wir können sagen, diese Patienten in der Münchner Kohorte, die haben erstaunlicherweise nicht alle zusätzlich zu ihren nachweisbaren Antikörpern auch neutralisierende Antikörper gebildet. Was machen denn die nachweisbaren Antikörper, die nicht neutralisierend sind, im Unterschied? Die binden auch an das Virus, aber die können das Virus nicht so richtig stoppen. Die können das Virus nicht so richtig davon abhalten, in die Zellen einzutreten. Und übrigens für die Experten unter den Zuhörern, das ist natürlich jetzt wieder hier alles grob vereinfacht. Das liegt natürlich daran, wie man den Neutralisationstest durchführt und so weiter. Aber wir müssen hier eben, haben uns ja vorgenommen, auch eben breitere Bevölkerungsgruppen zu informieren, die keine, sagen wir mal, infektionsbiologische Grundausbildung haben. Genau. Also, das ist ein funktioneller Labortest. Der sagt uns etwas über die Immunfunktion. Und wir machen die Beobachtung, eine ganze große Gruppe von Patienten wird gesund. Und während der Gesundung sehen wir, dass zwar alle Antikörper machen, was sagt, das Immunsystem ist angesprungen. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass nicht alle neutralisierende Antikörper machen. Das ist eine interessante Beobachtung. Das ist auf den ersten Blick erst mal ernüchternd. Also, man würde vielleicht sagen, oh, bei einigen von diesen Patienten hat offenbar das Immunsystem nicht richtig reagiert. Die Antikörper haben gar nicht funktioniert gegen das Virus. Das ist die erste Überlegung. Aber die zweite Überlegung, wenn man dann noch mal drüber nachdenkt, ist, die sind aber ja trotzdem gesund geworden. Dann müssen die ja irgendwie anders das Virus losgeworden sein. Und die Antwort darauf ist, dass es eine andere Abteilung des Immunsystems noch gibt. Es gibt nicht nur die Abteilung Antikörper, sondern es gibt auch die Abteilung Zellen. Da sprechen wir also so von zytotoxischen T-Zellen zum Beispiel. Also, es sind einfach bestimmte Immuneffektorzellen, Immunpolizei, Zellpolizei. Helferzellen. Ja, die Helferzellen sind auch mit dabei, aber die sind nur Helfer. Es gibt eben wirklich auch eine Angreiftruppe bei den T-Zellen. Und diese Angreiftruppe, da hat nur eine Abteilung was mit der Antikörperbildung zu tun. Die andere Abteilung eben die T-Zellen, die CD8-Zellen, zytotoxische Zellen in der einfachsten Näherung. Das sind Zellen, die machen keine Antikörper, sondern die gehen selbst auf die befallenen Zellen und auf das Virus los. Und wenn so ein Infektionsgeschehen mit der Ausheilung einhergeht und wir sehen, da entstehen Antikörper, die sind im Labor messbar. Aber das korreliert nicht so ganz mit der Entstehung von neutralisierenden Antikörpern. Dann ist die naheliegende Erklärung zu sagen, dann ist das also eine Elimination durch diese andere Abteilung, die sehr wichtige Abteilung von zytotoxischen T-Zellen im Immunsystem. Und dann sind die Antikörper, die wir im Labor messen, auch nicht bedeutungslos. Aber die sind nicht das funktionierende Korrelat der Virus-Elimination, sondern die sind nur ein Beiprodukt. Also das ganze Immunsystem springt an. Beide Abteilungen sind natürlich in Alarm-Modus versetzt. Aber das, was das Virus hier eliminiert, ist wahrscheinlich diese nicht im Antikörpertest sichtbare Abteilung, die zytotoxischen T-Zellen. Wir sagen einfach die zelluläre Immunantwort. So sagen halt gerade Leute wie ich oder auch klinische Infektionsmediziner, die sagen, das ist halt eine zelluläre Elimination. Das ist ein ganz grober, fast schon umgangssprachlicher Ausdruck. Aber das ist ein gutes Denkmodell. Und der Eindruck hier von dieser Erkrankung ist also, und das ist auch übrigens bei der Influenza so und bei vielen anderen Atemwegs-Virus-Erkrankungen. Wir sehen zwar Antikörper, aber diese Antikörper sind nicht der direkte Mechanismus der Elimination des Virus, sondern die sind ein Beiprodukt der Immunaktivierung. Und das, was wir unsichtbar zusätzlich aktivieren, das zelluläre Immunsystem, das ist der eigentliche Grund, warum die Infektion eliminiert wird.